Hallo liebe Zuschauer, ich habe vor ein paar Tagen so einen Podcast gesehen, da ging es so um die Schweigespirale. Das ist irgendwie so ein wissenschaftliches Konzept, das hat besagt, es gibt in jeder Community, in jedem Verband, sagen wir mal in deiner Firma oder in deiner Klasse, gibt es so ein paar Meinungssätze, logischerweise ist es immer irgendwie der Chef und so weiter. Und die setzen so einen gewissen Spin, versteht ihr, warum ist die Welt so wie sie ist? Man könnte es ja auch ganz anders sehen, aber wenn du irgendwas sagst, was denen nicht passt, was so, was irgendwie die, die nicht gerne hören, dann machen sie so bestimmte Zeichen der Missbilligung. Und wenn du es dann aber immer wieder sagst, wenn du auf deinen Standpunkt beharrst, den sie missbilligen, dann fangen sie an, dich sozial zu isolieren. Im Endeffekt ist es so, dass die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang irgendwie rumlaufen und sich Gedanken machen, sie beobachten ihre Umwelt, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Deswegen gibt es doch jetzt auch diese komischen Dullis aus Teamwissenschaft, die sagen, das Individuum hat gar keinen freien Willen. Auf eine gewisse Art und Weise stimmt das sogar, obwohl ich als oller Soze natürlich vehement widerspreche. Ich widerspreche schon aus Prinzip. Zum Beispiel früher hatte er gerade hier im Westen, gab es diese Ideologie des Ü-Menschen. Versteht ihr? Der Ü-Mensch. Der Ü-Mensch, der dem U-Menschen irgendwie die Welt wegnehmen muss. Und jetzt haben sie das ja irgendwie umgedreht. Teilweise total absurd, aber jetzt auf einmal bist du der White Trash, so nach dem Motto, ja, doch, ja, irgendwie schon die Liberalen. Sie meinen natürlich, versteht ihr, sie machen jetzt einen auf Diverse und irgendwie sind sie für People of Color und so weiter. Aber in Wahrheit meinen sie natürlich, dass du der White Trash bist. Verstehst du? So der, der Sunak, der ein Inder ist, der es im Leben zu was gebracht hat und irgendwie der Erbe der Rockefeller Dynastie sind verbündet gegen dich. Du, du bist jetzt der Abschaum der Menschheit. Du bist gar nicht besser. Bilde dir bloß nicht ein, dass du irgendwie was Besseres sein könntest, dass irgendwelche Hunger leider in Afrika hat. Nur weil du zufällig in einem Land lebst, du bist ja sowieso privilegiert. Du Punkt, Punkt, Punkt. Ich will das jetzt auch gar nicht so sehr bewerten, aber so wie meine Oma zum Beispiel und ihre Generation einen heiligen Krieg geführt haben, nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Gedanken und Worten und wie sie die Welt verändern wollten, im Sinne von, nein, wir haben keinen Bock, wir sind nicht die EU-Menschen. Und genauso schließe ich heute nahtlos daran an, dieses Narrativ auch irgendwie niederzureden. Aber damit das Ganze natürlich in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Man ist ja nicht blöd, so nach dem Motto. Wisst ihr, einer der Grundlagen der Biologie zum Beispiel ist, warum ist der Tyrannosaurus Rex ausgestorben? Und der Mensch hat überdauert. Der Mensch war damals ein kleines Säugetier, das irgendwie von allen so ziemlich weit unten in der Nahrungskette stand, aber er hat überdauert. Oder warum gibt es heute den Schakal, aber den Säbelzahntiger nicht mehr? Weil der Säbelzahntiger ein machtvolles Tier war, aber er hat sehr viel Energie gebraucht, um sich selbst zu erhalten, sozusagen. Deswegen ist er ausgestorben. Deswegen gibt es auch zum Beispiel immer noch Haie. Haie hat es auch schon in der Zeit der Dinosaurier gegeben, weil Haie halt relativ träge Fressmaschinen sind, die ihre Energie nicht damit verschwenden, irgendwas anderes zu tun, als zu schwimmen und zu fressen. Es ist einfach so. Es klingt unglaublich platt, aber es ist so. Ich hatte ja früher auch so acht, neun Jahre lang Kampfsport, beim guten alten Dome. Und der Dome hatte damals, als ich noch klein war, war er der einzige Deutsche gewesen, der hier zum Komitee eingeladen wurde. Ich meine, das Komitee, das kennen ja bestimmt Plugsport. Dann wisst ihr auch, was das Komitee ist. Das Komitee gibt es wirklich. Es findet auch heute natürlich noch statt. Es gab wirklich diesen Armee, der es damals gewonnen hat. Natürlich nicht so wie in dem Film. Aber es gibt einen real existierenden Frank Dux und der Dome war dort auch mal eingeladen. Und jetzt müsst ihr folgendes bedenken. Der Dome war Verfechter eines Stils. Er war irgendwie der Meinung, also du lerntest bei ihm alle Cutters, diese Bewegungen, alle Moves, alle Würfe, alle Fußweger. Alles das konntest du bei ihm lernen, hast du gelernt. Gehörte bei ihm zu diesen Darn-Prüfungen. Aber er war zum Beispiel der Meinung, dass in Wahrheit du dich irgendwie stilistisch konzentrieren, also so spezialisieren solltest. Was du eher bist, bist du eher ein Judo-Ker? Dann tust du die Leute eher werfen. Bist du eher ein Karateker? Dann tust du sie eher mit irgendwelchen Blocks. Dann arbeitest du viel mit deinen Händen. Wenn du so ein Taekwondo-Duli bist, dann versuchst du sie irgendwie zu kicken. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Versteht ihr? Jeder von diesen Stilen hat seine Vor- und Nachteile. Aber du sollst nicht deine Zeit damit verschwenden, dass du versuchst, alle Cutters zu beherrschen. Wie einen irgendwelchen alten chinesischen Karate-Film. Das ist ja völlig absurd teilweise, wie die da wirklich Hunderte, Hunderte von Kombos zeigen, so im 20-Minuten-Endfight oder im 10-Minuten-Endfight eines Films. Ich denke mal, ihr kennt auch diese Filme. Das ist natürlich eine Kunst. Und es ist ganz toll, dass er alle Cutters kann. Und es ist auch ganz toll, dass er einen Karate-Film drehen kann, wo alle Cutters der Reihe nach zeigt. Das ist wunderbar. Aber das macht nicht so viel Sinn. Versteht ihr? Wenn ihr euch zum Beispiel mal Bruce Lee genau anguckt, der ja wirklich auch ein, wie soll ich sagen, ein Typ war, der sich auf der Straße bei Schlägereien durchsetzen konnte. Sein Stil ist sehr sparsam. Er benutzt nur sehr wenige Cutters. Er hat so ganz bestimmte Moves. Guck dir einen Bruce Lee-Film an. Er ist beschränkt auf vielleicht maximal 10 Cutters, die es gibt. Und ansonsten kämpft er kraftsparend. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, Rainer, warum schweibst du so ab? Aber es geht immer um Folgendes. Ich habe mir jetzt eine Möglichkeit gesucht, wie ich kraftsparend die Schweigespirale konterkarieren kann. Versteht ihr? Ich bin irgendwann zu der Erkenntnis gelangt, so aus meinem Werdegang, aus dieser Familientradition, der Politisierung und so weiter und so fort, bin ich sozusagen ein Aktivismusathlet. Ich bezeichne mich ja noch nicht mal als Aktivist, aber natürlich bin ich es. In jeder Faser meines Körpers, in jedem Atemzug, in jedem Schluck Tee, den ich in meinem Leben trinke, bin ich irgendwie ein Aktivist. Und ich habe halt einen Weg gesucht, gegen die Schweigespirale anzukämpfen, weil ihr müsst bedenken, zum Beispiel unsere Gutser. Ist ja mein Bruder, der hat auch manchmal so krasse Gedanken. Einer von seinen Geistengedanken war, dass im Grunde die Mafia in Italien auf dem Vatikan basiert, also dass sozusagen diese Gangster sich die Arbeitsweisen des Vatikans abgeguckt haben und dass zum Beispiel die USA und die NATO auch in gewisser Weise auf der Mafia basieren. Letzten Endes gab es ja früher die Kanonenbootpolitik, wenn irgendein Land nicht so will, wie wir wollen, dann schicken wir unsere Kanonenboote und zerstören irgendwie, versteht ihr, es soll es ja auch nicht arg politisch werden. Es geht nur darum, dann machen wir ihnen irgendwas kaputt, so lange, bis sie das müssen, was wir wollen. Dann gab es ja so eine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren wir nicht mehr die Geisten, da konnten wir nicht mehr mit unseren Kanonenbooten, da wurden wir dann die Guten sozusagen. Aber jetzt sind wir wieder in so einer politisch-expansionistischen Phase. Jetzt sind wir nicht mehr die Guten, jetzt sind wir nicht mehr für Frieden, jetzt sind wir, ja, wir sind zwar immer noch irgendwie für Freiheit, aber in Wahrheit ist doch die Gesellschaft heute viel unfreier als vor 20, 30 Jahren. Und auch die Demokratie, ich meine, man kann nicht wirklich sagen, dass sie in einem guten Zustand ist. Und auch irgendwelche Rassismen und irgendwelche Entmenschlichungen und alles so. Alles, wo man noch in den 90er Jahren, als ich zur Schule ging, Ha, wir sind so toll und wir haben uns weiterentwickelt. In Wahrheit entwickeln wir uns gerade mit Lichtgeschwindigkeit, haben uns in den letzten 5 Jahren zurückentwickelt. Und jetzt kommt doch der böse Gutsherr wieder hervor. Jetzt kann er ja wieder, versteht ihr? Muss ja jetzt nicht mehr Farbe bekennen vor dir als seinem Knecht sozusagen. Er kann aus der Anonymität des Internetes heraus, kann ein großes Maul haben und dir als White Trash seine Verachtung zeigen. Und der springende Punkt ist, ich als sozusagen selbsternannte White Trash zeige ihm meine Verachtung zurück. In jeder Hinsicht. Egal, was er sagt. Wenn er Me sagt, dann sage ich Mi. Wenn er Mo sagt, dann sage ich Meck. Egal, was er sagt, ich bin immer gegen ihn. Ich bin gegen ihn. To exist is to resist. Feierabend. Zum Beispiel der Erwin von Polytopia. Es gab ja durchaus auch eine Zeit, als wir uns noch gut verstanden haben. Ich dachte, der Erwin ist ein cooler Dude. Und ich wollen euch gucken, Herr Erwin. Teilweise teilen wir uns ja auch dasselbe Publikum, weil wir ja damals auch mal eine Zeit lang uns gegenseitig geshared haben, sozusagen. Aber Derwin hat mich mal gefragt damals, Rainer, warum bist du so, warum bist du mal so hütend? Versteht ihr? Ich bin so, du bist ja der grüne Heik. Du bist so hütend. Warum bist du so hütend? Warum greifst du alles an? Warum bist du so wie so ein Pitbull, der immer wieder zubeißt? Ja, ganz einfach, lieber Erwin. Und alle anderen, damit ihr es versteht. Weil ich keinen Bock auf die Schweigespirale habe. Versteht ihr, Erwin? Und alle heute, alle diese Bots, sozusagen, diese entmenschlichen Bots, die nur noch so einem Effizienz- und Nutzenkalkül folgen, die rennen heute rum und farmen. So wie in diesen Computerspielen, versteht ihr? Wie bei World of Warcraft, rennen sie rum und tun das, was am nützlichsten ist. Und nur das, was nützlich ist, ist das, was richtig ist. Als es damals Mutkul war, Ausländer und Migrant zu sein, da war ich der Obermigrant. Und jetzt, wo es irgendwie cool ist, auf irgendwelche Minderheiten zu gehen, sozusagen, sich als irgendwas, irgendeine Opferrolle einzunehmen. Das ist ja heute voll in Mode, versteht ihr? Früher war es mal ganz toll, gebildet zu sein. Das Bildungsbürgertum. Und dann war es, keine Ahnung, war es toll, irgendwie zu konsumieren und so weiter. Und heute ist es irgendwie toll, irgendeine Opferrolle zu haben. Irgendwas, womit man sich aber gerade, das mach ich jetzt nicht. Versteht ihr? Being Rainer Ernst. Ich hab heute Morgen so ein Interview gesehen mit diesem Ballweg von Querdenken. Ich dachte immer, der Ballweg ist irgendwie so ein Spast, versteht ihr? Ich hab ja früher einen Kanal gemacht, der Querdenken parodiert hat, sozusagen so. Attila Hedman ist ja jetzt auch wirklich ein Vollidiot. Ich dachte immer so, der Ballweg, dieser Pfosten und so weiter. Aber dann hab ich heute Morgen, wie gesagt, dieses Interview gesehen. Und hab so gesehen, der Ballweg ist ein total cooler, chillter, korrekter Typ. Und just irgendwie zwei Stunden später komm ich wieder und seh so, das Video wurde gelöscht. Das war total harmlos. Ballweg hat nur angekündigt, das war bei diesem Schule, fragen, was ist. Die Schule hat ihn halt gefragt, ja, Herr Ballweg, was werden Sie denn jetzt machen? Natürlich weiterkämpfen. Wie die Demokratie, was denn sonst? In welchem Bereich? Ja, pro Ukraine, Russland, was denn sonst? Und dann meinte irgendwie der Schule, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber meinte irgendwie so, ja, ob er pro Russland ist. Und meinte der Ballweg, nein, nein, das ist gar nicht mein Ansatz, pro Russland oder pro Ukraine zu sein. Ich will einfach nur, dass man wieder alles sagen kann in Deutschland. Versteht ihr? Ich scheiße auf die Schweigespirale. Schweig doch, du Depp, du. Du elender, du elender Punkt, 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 Sohn. Schweig doch, so viel du willst. Ich farm dir doch einen Ast, aber wisst ihr, was nämlich das Geld immer daran ist. Ich tu mir leid, ich muss mal wieder lästern. Obwohl ja der deutsche Werte-Ritter das intelligenteste und weiseste Geschöpf auf der ganzen Welt ist, ist er in der Statistik des nationalen Privateigentums pro Kopf ziemlich weit hinten. Ich glaube sogar an letzter Stelle. Und dieser dumme Italiener und der dumme Grieche haben irgendwie doppelt so viel oder dreimal so viel teilweise Privatvermögen wie er. Und sehen nicht, sieht es auch mit diesen Farmern aus. Versteht ihr? Obwohl sie unglaublich viel Farben und besitzen und haben und seien meine Statussymbole. Aber ich stehe es, ich das. Ich bin so krass. Sagen wir einfach, liebe Zuschauer, vertrau mir. Ich arbeite nur halb so viel wie die und besitze doppelt so viel wie sie. Ja, das ist das Wunder. Auch being reiner Ernst, wie das funktioniert. Ja, das kann ich dir leider nicht sagen, Zuschauer. Verstehst du? Das ist so wie Zen. Ich kann dir einige Spuren legen auf meinem Kanal, aber verstehst du? Ich kann es dir nicht erklären, weil du würdest, wenn du ein Ungläubiger bist, also wenn du so, wie soll ich sagen, wenn du falsch abgebogen bist im Leben, dann erscheinen dir die weisesten Worte des weisesten Weisen wie der größte Blödsinn, so nach dem Motto. Das liegt aber nicht daran, dass der Weise irgendwie, dass du mit der Weise ein Problem hast, sondern du hast ein Problem mit dir selber. Also insofern, ja, wie soll ich sagen, wenn du, wenn du wieder, du musst, du musst halt ein Stück zurücksetzen und richtig abbiegen und dann werden dir die Lehrendes leider ernst teilhaftig werden, verstehst du? Du wirst erleuchtet sein, wirst dir am Schniebel spielen und irgendwelche lustigen Partys feiern. Ja gut, aber es gibt auch viele Dinge, die lasse ich weg im Leben. So, diese Dinge, die sich so, die so sind, weil es sich so gehört. Weil in Wahrheit kostet dieser Schwachsinn einen unglaublich viel Zeit und man hat wirklich nichts davon. Entweder man verdient Geld oder man gibt Geld aus oder man macht einen auf dicke Hose, aber mach irgendwas Sinnvolles. Verstehst du? Sei nicht einfach nur da, weil du da bist. Ah, jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Seht ihr? Andreas Berg sagt, hörst dich wie der größte Spaß auf Erden an. Darauf habe ich ihm geantwortet, du bist aber ganz schön getriggert von dem Video. Du musst wirklich lernen, mal ruhig zu bleiben und dich nicht selber zu beleidigen. Versuche es mit Yoga. Einatmen. Ausatmen. Dann sagt er hier, meinte deine Stimme, inhaltlich ist das einfach nur Anti-Mainstream-Talk, null Substanz. Und jetzt, seht ihr, entschuldigt sich bei mir. Nachtrag, wenn ich persönlich wurde, hab deine Videos überflogen, teile einfach oft nicht deine Meinung. Bin auch zu sehr Philanthrop. Du meinst wohl zu altruistisch. Oder meinte er wohl. Aber mach dein Ding, viel Erfolg noch. Seht ihr, ist doch schön. Da hat man sich doch einfach mal, jetzt habe ich ihm hier geschrieben, fast wärst du mir in die Schnappatmerfalle gegangen, aber du hast noch die Kurve gekriegt. Alles Gute, Andreas Berg. Sehr schön. Ah, jetzt seht ihr den hier. Gecko. Das Universum des größten Schnappatmers aller Zeiten. Stalinist. Du bist so klein und lächerlich. Haha. Dann habe ich ihm hier geschrieben, das projizierst du in Wahrheit von dir auf mich, aber mach dir nichts draus. Die anderen PR, damit meine ich Parabelritter-Fans, sind auch nicht besser als du. Jetzt seht ihr hier. Hallo Schnappi. Meinen Daumen hoch für nicht nur dieses von deinen Videos. Du hast Horizont, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hab mich in dir getäuscht, glaube ich. Deine dezidierte Art, die naturgemäß polarisieren kann, hat mich zunächst empört. Ist aber scheißegal, wenn wir auf der von dir gut projizierten Sachebene zuweilen weiter auseinanderliegen. Viel spannender finde ich die Schnittmengen, die ich mit dir habe. Etwa was deine Einstellung zu kackbraunem Nazi-Pakt. Bitte lieber Gecko, sag nicht kackbraunem Nazi-Pakt. Being reiner Ernst bedeutet auch, dass ich versuche ein bisschen sozusagen im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. sowohl Typen wie auch drüben, also sowohl in Montenegro als auch hier. Es gibt schon genug Hass auf der Welt. Ja, lass uns einfach Aussöhnung betreiben. Und auf dieser anderen Ebene wertschätze ich deine aufgeklärte Betrachtungsweise und möchte dir auch ein Kompliment meines Respekts da lassen. Bleib wie du bist. Seht ihr, das ist doch schön. Und seht ihr, reiner Ernst wirkt. Ich tue durch mein Kanalkonzept bestimmt auch unglaublich viele Idioten anlocken, aber die sind egal. Die werden sich sowieso nie enden. Aber versteht ihr, die Menschheit hat es ja trotzdem irgendwie geschafft, sich aus dem Dreck dieser Erde zu erheben, auf die Bäume zu klettern, wieder von den Bäumen zurückzukommen und irgendwie sind wir noch da. Kennt ihr Papillon, diesen Film, wo er die ganze Zeit der eine versucht, von der Teufelsinsel zu entkommen und am Ende macht er so diesen übertrieben krassen Sprung von dieser Klippe und er schafft es irgendwie fortzutreiben von der Insel mit dem Plus. Sein x-ter Versuch hat mittlerweile keine Zähne mehr und ist völlig im Eimer. Und dann kriegt er plötzlich so einen Endorphinschub und freut sich voll so, ich bin noch da, ich bin noch lebendig, der Wichse. Und ich werde immer noch versuchen zu fliehen, bis nach der Ewigkeit. Ja, 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 being reiner Ernst. Haut's rein, meine Zuschauer. Haut's rein.